so freunde herzlich willkommen zurück zu einer neuen wirkung von quantum break das ist mal haben wir weiter gemacht hier auf der brücke dessen namen ich gerade nicht mehr weiß aber auf jeden fall hat das kapitel namen hat er jetzt kapitel den namen gehe auch davon aus dass das kapitel jetzt vorbei ist also der abschnitt des kapitels dings bums und ja schauen wir mal ob es uns jetzt abholen können am pierre okay habe ich mich zurückgelehnt für so eine kleine cutscene und dann einfach so 0 geht direkt weiter na gut das letzte ding ja perfekt alle gefunden in dem kapitel ich werde wahnsinnig so ich wollte zeitstopper oder flashen vielleicht würde ich glaube ich nehme den zeitstopper genau dann kann ich das für mich ja guck mal so perfekt nehme ich das okay ja als nächstes dann wahrscheinlich einfach das flashen die zeit explosion nutze ich halt nicht okay muss jetzt wieder runter so aus noch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was würdest du aufhören? Der Ende der Zeit kommt. Hey! Das ist nicht eine Debatte. Ich habe nur gesehen, ein Flugzeug über eine fuckinge Brücke. Zeit ist weg. Und die Fracture wird schlimmer. Und es kann nicht stoppen. Paul hat den Ende der Zeit gemacht. Er hat es gesehen. Kannst du sehen? Wir vorbereiten für was nächstes, aus Necessity. Ihr Forschung ist auf der Arbeit von William Joyce. Ihr respektiert ihn. Er wusste, dass die Fracture passieren würde. Aber er wusste auch, dass es möglich sein könnte. Wir haben eine Art Weg zu stoppen. Das. Die Begründung. Wir gehen nach der Vergangenheit. Um es zu entfernen. Du kannst uns helfen, schneller zu gehen. Oder... ... du kannst du nicht sagen. Ich muss die Diagnostik auf der Maschine machen. Ich kann nicht sagen, nichts bevor das. Amy? Take Amaral zu der Maschine. Keep an eye on her. Sure thing. Okay, Doctor. Let's go. And I can see right through you. Don't try anything stupid. You will regret it. Hmm. Before we go downstairs, we have to talk about something. Okay. Aber kann ich hier erstmal vielleicht die Umgebung betalken? Hier zum Beispiel. Hatch. This is the guy that visited me in the cell. Martin Hatch. Was wir wissen. Bisher von Fiona Miller. According to Monarch Communications, Hatch sabotaged the Monarch Lab. You may be under Monarch Hall. But I get the impression, he's not on our side. Bisher von Fiona Miller zusammengetragene Fakten. Arbeitsbeginn bei Monarch 2001. Wurde etwa 2007 Serenes Chefberater. Keine Aufzeichnung von vor 2001. Wer war er? Wo kam er her? Auge der gegen Monarch. Mögliche Verstrickungen in? Dr. Kims Tod. Nicht bestätigt. War zum Todeszeitpunkt allein mit Dr. Kim. War zum Todeszeitpunkt allein mit Dr. Kim. Kim starb, als er kurz davor stand, eine Heidung für Serenes Zeitkrankheit zu finden. Sabotage der Zeitmaschine in der Universität. Nicht bestätigt. Absichtliche Fehlberechnungen. Hatch wurde im Labor gesehen. Hilfe bei der Entführung von Sophia. Bestätigt. Lenkte Monarch ab, während Entführung stattfand. Wusste, wir würden kommen. Alarmierte Serene nicht. Zerstörung der verbliebenen Medikamente gegen Serenes Krankheit. Nicht bestätigt. War außerhalb von Dr. Kims Labor, als Labor zerstört wurde. Schob Verantwortung dafür auf Sophia. Verhalf Charlie Winkert zur Flucht. Bestätigt. Hilft Charlie gegenwärtig unbemerkt die oberste Ebene des Monarch Gebäudes zu erreichen. Widersetzte sich direkten Befehlen von Paul Serene. Möchte Zugang zum CFA. Möchte eventuell das Rettungsbrotprotokoll sabotieren. Sabotiert Serene. Motiv sorgt im Geheim für Serenes Untergang. Möchte er Monarch übernehmen? Warum? Sabotiert Monarchs Überlebensplan von innen. Dafür gibt es keinen schlüssigen Grund. Glaubt nicht, dass die Gegenmaßnahme den Riss aufhalten kann. Kein potenzieller Verbündeter. Arbeitet für Monarch. Glaubt aber, dass das Ende der Zeit unausweichlich ist. Warum dann der Versuch das Rettungsbrotprotokoll zu sabotieren? Joa. Ne? Das kann ich sagen, wie viel. Hm. Kurz hier gucken, ich bin grad voll schnell gewesen. Ich laufe voll schnell. Ich glaub' auch sonst nicht so schnell im Spiel, oder? Komm mir jetzt grad nur so vor. Weird. War gar nicht geguckt, ob hier irgendwas ist, aber hier ist nichts. Okay. Beth, was liegt dir auf dem Herzen? Beth, Plan für 2010. Beth, Grafiken und Pläne, um ins Jahr 2010 zurückzureisen und die Gegenmaßnahme zu stehlen. Achso. Da muss ich x-en. Okay, was geht's? Es geht um den Plan. Wenn Amaral die Maschine arbeitet... Wir gehen zurück nach gestern und verletzten alles. Listen. In dem Video, Will left für mich, er sagte, dass die Gegenmaßnahme von seinem Werkstatt auf der 4th Jahr 2010 wurde. Er sagte auch, dass ich es genommen habe. Vielleicht habe ich es gemacht, Jack. Wir haben eine Zeitmaschine. Du sagst, dass wir nach 2010 gehen? Wir verletzten es. Wenn Will richtig war, das bedeutet, dass es nicht ein Veränder ist. Wir verletzten die Gegenmaßnahme, bringen sie in der Vergangenheit, verletzten die Schmerzen, und schützen die Welt. Okay. Explain zu mir, warum das ein besseres Plan ist, als einfach zurück zu gestern, und verletzten alles aus dem ersten Mal passieren. Weil ich bin Angst, dass, based auf was ich wissen, über Zeitgeheben, wir können nichts ändern. Der Vergangen hat bereits passiert. Wir können es nicht ändern. Aber in meiner Weise, wir müssen es nicht. Ja, ich... Ich weiß nicht. Ich meine, mein Plan ist immer noch einfacher. Ich weiß nicht, Herr Lord. Lass uns die Maschine arbeiten. Dr. Amaral scheint zufrieden, dass Paul am Ende der Zeit ist. Denkst du, das ist wahr? Das kann nicht sein. Ansonsten, versuchen wir es zu verhindern, wäre es sinnvoll. Warum? Weil es schon passiert ist. Okay. Hm. Ein Radio mal wieder. Natürlich. Hallo, Riverport. Well, es war eine schwerere Nacht für uns. Die Collision auf der Porte Donnelly-Bridge, die es bezeichnet, multiple lives, wird immer noch unterscheiden. Ein wenigstens von Menschen sind tot, und die Forscher sagen, dass sie mehr Personen finden, einige von denen zu finden, in den Autos auf dem Boden der Reine. Die cause des accidenten bleibt nicht klar. Der Anbeten hat sich noch nicht sichergestellt. die Anführung der Führung des Landen, von der Sitzung, und die auf der Saat, die Angelegenheiten haben. Der Kommissar des Körpersen, der Körpersen, der Körpersen, die Stiftung war auf und der Route klar. However, einige Menschen auf dem Landen zu sagen, der Körpersen, der Körpersen, der Körpersen, durch die Körpersen, durch die Körpersen, der Körpersen, auf die Körpersen, die Körpersen, die Körpersen, die nicht auf die Körpersen, Ich hoffe, wir können bald wieder zurückkommen. Jetzt ein bisschen Klassik. Hallo, wie bist du hier noch reingekommen? Wenn wir Kinder waren, war der einzige Weg, dass Will etwas wichtiges für mich zu erklären konnte, war, mich informieren, wenn ich in der Runde war. Das ist preis. Und weirrt. Also ist Time Travel jetzt natürlich auch nochmal wieder ein Ding. Also eigentlich ja schon von Anfang an, aber jetzt nochmal in aktiver Form. In selbstaktiver Form. Ich bin gespannt. Sollte ich mich zu finden finden? Ich bin nicht sicher. Ich gehe nachdenken. Aha, hier ist irgendwo so ein Gerät. Aha. Ähm. Komm ich da hin? Achso, okay. Ich kann doch einfach hochlaufen. Sehr schön. Äh, haben wir da hinten vielleicht noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Eigentlich haben wir damals mir alles hier angeguckt. Also was soll hier eigentlich neu sein? Ja, ja. Wie sieht es aus? Das Problem ist ziemlich einfach, wirklich. Der Power Relay ist unten. Du musst einen Weg finden, um es zu zerstellen. Da. Wo ist die Licht? Ich werde die Strecke für dich. Was ist mit dem Power Relay? Wie ist das gemacht? Um sieben Uhr kamen wir wahrscheinlich wieder zurück. Und dann... Irgendwie nochmal Serene hier aufzuhalten. Das ist meine Theorie. Mal gucken. Okay. The console here's got two red lights, one green. You'll have to reset the power to the two stations with the red lights before activating the relay. Both stations are located above the machine. Just follow the cables to the red lights. This? Above the machine. The perfect place for a reset switch, Will. Moment, wer... Hä? Wie jetzt den Kabeln folgen? Äh... Ich gehe einfach mal den Weg lang. Ich werde schon was finden, sage ich jetzt einfach. Komm ich hier lang? Oh ja. Oh ja. Okay. The first red light is now green. Good. One more to go. I'm not sure what you're going to do, but I'm not sure what you're going to do. I'm not sure what you're going to do, but I'm not sure what you're going to do. You may have to climb down and reach the other side of the machine. Äh... Äh... Ah, da oben. Ähm... Wie komme ich denn da hin? Aua. Das war so mir jetzt nicht gedacht eigentlich, aber okay. Äh... Oh. Jack. Hi. It's Will. I... I guess you're in Thailand by now. I'm not sure if you even still use this number. I don't like how he left things. I'm... I've been under a lot of pressure. There's some things I should tell you. I'd like to make it right. Just... Call me. Okay? Please. Hm. Eine nette kleine Erinnerung. Und hier ist tatsächlich noch was, was ich untersuchen kann. Oh. Okay. Die war ich damals auf jeden Fall nicht. Hey, die Blutschgiraffe, die ich gerade erwähnt wurde, glaube ich. Ich kann nicht interagieren, doch jetzt. Ich kann nicht interagieren, doch jetzt. Was ist das? Das ist all meine Sachen aus unserer Familie. Ich bin eigentlich nach Hause. Ich habe alles gehalten. Hm. Ich glaube, du glaubst, du könntest, du kommst zurück. Jetzt steht's auch. Warum, warum, warum? Wie das aussieht. Wo ich überlangen kann? Muss jetzt scheinbar lang. Oder so. Was ist das? Was ist das? Toto. Das ist meine Signature. Du hast das gemacht? Du hast das gemacht? Ich habe niemals hier noch nie gehört. Das Frau in der Bildung ist, nicht wahr? So... Jack, da ist etwas, was du wissen musst. 1999. Ich war acht Jahre alt, in meinem Hintergrund, und eine Frau hat mich vorgebracht und mir gesagt, dass sie von der Zukunft ist. Sie gab mir sehr spezifische Details von eventen, die passieren würde. Sie gab mir das. Füllte mit Daten, Eventen, Proof von allem. Jack, die Frau... Es war du. Everything I told myself would happen, dead. Every detail for better or worse came to pass and couldn't be changed. Our fate is laid out before us, Jack. Everything that happened to get us here, every sacrifice that was made, they're all a part of this path. And they can't be changed, or undone. Beth. When we step in that time machine, you will see for yourself. Okay, das erklärt einiges. Okay, wenn du so sicher bist, wie das alles funktioniert, können wir deinen Weg versuchen. Es ist sie. Sie ist diejenige, die sich überall in der Stadt schildert. Jesus. Es leuchtet da so verdächtig. Nee, es wird im nächsten Raum. Äh... Eigentlich ist die Folge vorbei. Okay, hier haben wir ganz viel Hintergrundinformationen über sie. 11. September 2001. Das ist der Moment, der dich verändern wird. Hm, ja. Ja, ich weiß noch, was da passiert ist. Also nicht, also ich war drei, als es passiert ist. Ich kann mich selber nicht erinnern. Aber meine Eltern haben mir erzählt, dass damals tatsächlich, dass als sie es halt auch im Fernsehen gesehen haben, dass ich wohl vorm Fernseher saß. Vorm kleinen Röhrenfernseher und so mit offenem Mund so, äh, geguckt habe. Ich erinnere mich nicht daran. Ich glaube, das ist eine Lüge. Egal. So, da kamen wir her und da kann man auch lang. Ich bin gerade etwas verwirrt, weil wir hier halt überall lang können, ne? Ja, ich weiß, die Folge ist vorbei, aber ich will jetzt gerade irgendwie hier kurz... Ne, ne, ich mach mal beim nächsten Mal hier weiter. Boah, das Tier noch zu lang ausadelt, weil ich glaube, da kann man jetzt schon wieder weitergehen, ha? Ja. Gut, ich beende jetzt an der Stelle und ich denke mal, wir hatten ja gerade einen Speicherpunkt sicherlich bei der ganzen Aktion da eben. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal hier auf jeden Fall erstmal weiter um. Und dann, ähm, kümmern wir uns um die Scheiter weiter. Gut, dass ich das hier entdeckt habe, weil sonst hätten wir echt eine wichtige Information vielleicht verpasst. Ich denke mal, das ist optional. Oder es wäre sowieso gekommen danach, ich hab keine Ahnung. Egal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.